Die ist auch noch so schön dunkel. Guck mal, die ist so getarnt, dass man sie fast nicht erkennen kann. Die hat fast dieselben Farben wie die Umgebung. Tolle Wurst, ey. Das soll man sehen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir sind hier auf der Suche nach Lithium wieder einmal unterwegs im Seerosenbiom. Und ich baue jetzt hier direkt mal einen Schrank hin. So. Denn in diesen Schrank können wir gleich erstmal ein paar Dinge hineinlegen. Zum Beispiel die leere Batterie oder die 4% Batterie. Sowie den Harz, äh den Quarz meine ich natürlich. Jetzt bin ich wieder bei Astron hier im Kopf. Den Quarz und den Kupfererz. Den, den Erz. Ja genau. Das ist auch wieder sehr, sehr beeindruckend. Diese Deutschkenntnisse, diese riesigen, umfangreichen. Äh, ich meine natürlich das Erz. Der, die, das Erz. Das ist doch ein Scherz mit dem Erz. So, wir holen uns hier gleich auch nochmal ein bisschen Quarz. Ne, und ich seh auch, oh shit, ich seh gerade, ich muss wieder Essen und Trinken besorgen. So, ich hoffe jetzt, dass das hier der Zugang war. Das sieht ganz gut aus. Da unten dieser, diese Nische da. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen hier natürlich dann auch wieder scannen. Und wir brauchen dann auch wieder ein Reichweitenmodul und sowas alles. Und ein Interface-Chip für mich. Das müssen wir dann alles noch bauen. Wie gesagt, das fehlt uns jetzt wieder. So, da haben wir erstmal genug Quarz. Dann können wir nämlich damit den Scannerraum bauen. Die Tischkorallen hier, die kann ich wieder nicht abbauen. Das weiß ich schon. Da gehe ich lieber woanders hin und hole mir die. Wie gesagt, dann habt ihr nämlich den Bug, dass ihr alle Tischkorallen nicht mehr abbauen könnt. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir, um Tischkorallen zu holen. Ach, guck mal, hier ist diese Base. Da, wo wir Jeffreys PDA gefunden haben. Das ist direkt nebenan? Ich fürchte so ein bisschen, ich habe leicht die Orientierung verloren, was das Lithium angeht. Also so ganz leicht nur, ja. Ganz leicht habe ich die Orientierung verloren. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, danke für den netten Hinweis. Ich arbeite dran. Ich arbeite mit, mit besten Kräften und nach allen meinen Möglichkeiten daran, Fluid Intake sicherzustellen. Kann ich nicht einen von diesen Walen auszutzeln? Die müssen doch genug Flüssigkeit intus haben. Und ja, ich weiß, ich kann mich auf denen ihren Rücken legen. Das bringt mir nur leider nichts, wenn ich fast verdurste. Das ist übrigens etwas, das wir schon sehr früh im ersten Livestream zu Below Zero rausgekriegt haben. Ich wurde auch schon gefragt, wow, habt ihr es gesehen? Der ist weggeschnipst von der Wand. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht mal wieder Below Zero streamen möchte. Das Problem ist, bei Below Zero kann man momentan ja noch nicht so viel machen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht wirklich mal wieder einen Stream mache. Den werde ich dann natürlich auch auf YouTube ankündigen. und dann einfach irgendwie ein Großprojekt umsetze in dem Stream und das Ganze dann sehr intensiv schneide. Dass ich dann sage, okay, wir schneiden da jetzt, keine Ahnung, zwei Folgen aus einem 2-3 Stunden Stream raus. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Base irgendwo hinbaue oder so. Weil das ist ja doch immer recht zeitaufwendig in den Folgen. Ihr merkt das ja schon. Man schafft ja eigentlich kaum was, weil man ja immer von A nach B muss. Wasser gibt es in dem einen Biom nicht. Da muss man wieder in die Deep Twisty Bridges. In den Deep Twisty Bridges kann man aber keine interessanten Stellen in der Tiefe ergründen. Nicht so richtig. Also nur die Deep Twisty Bridges, aber sonst halt nichts. Das heißt, man müsste eigentlich wieder an anderen Stellen bauen, wo es aber wieder keine Ressourcen gibt, um tiefer zu bauen, beziehungsweise um überhaupt irgendwas zu bauen. Na zum Beispiel da hinten in diesem Tiefseegraben, da gibt es ja beispielsweise auch keinerlei Titanen oder sowas. Und das macht es halt schwierig. Und das muss man halt so viel hin und her schwimmen. Das ist halt das Ding. Und das halt mit dem schwachen Seegleiter, das dauert halt ewig. Ich freue mich deshalb auch schon so, wenn der Sea Truck endlich drin ist, dass man solche Großprojekte mal ein bisschen effizienter umsetzen kann. Ich meine momentan, er ist ja schon drin. Die Fragmente sind drin, bloß er ist halt wie gesagt momentan buggier als je zuvor. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass es keine Fahrzeugstation gibt. Also man kann ihn sich gar nicht richtig erspielen. Das ist alles ganz schön blöd. Also wir sind momentan in so einem merkwürdigen Zwischenstand gefangen. So ein bisschen. So, ich brauche dringend, also entweder brauche ich hier diese Rankensamen oder ich brauche Fische. Blasenfische. Wie schnell das dann immer geht mit dem Wasser, ne? Das ist echt so bitter. Ich finde auch, sie könnten ein paar mehr von diesen Supply Drops runterkommen lassen. Ich meine, die Kisten müssen sie ja nicht stehen lassen. Die Kisten könnten sich ja selbst zerstören. Sie übermischen Impossible. Danke für den Hinweis. Diese Kiste, das kann dann der PDR auch sagen. Diese Kiste wird sich in 5 Sekunden selbst zerstören. Viel Glück bei ihrer Mission. Viel Glück, Mr. Hunt. Das wäre doch cool. Und dann kommt da nur noch so eine Rauchschwade raus und dann verschwindet sie einfach. Ich finde das voll lustig. So eine kleine Anspülung. Eine kleine Anspülung, ja. So, jetzt haben wir schon mal drei Blasenfische. Das reicht bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Ich muss erst mal die Base finden. Ah, wisst ihr was? Wir schwimmen jetzt hier rüber zum Habitat-Modul. Zum Airdrop. Ah, Blasenfisch. Mein Blasenfisch. Geht weg. Mein Blasenfisch. Haben wir auch schon wieder nur noch 12% Akku hier. So eine Scheiße. Das geht immer so schnell. Mann. Rein da. Ach, da. Gab es die Animation mit dem Tür auf die ganze Zeit? Ne, die ist neu, oder? Bei mir hat er doch vorher nie die Tür aufgemacht. Sie. Sie hat doch vorher nie die Tür aufgemacht. Mit der Hand so aufgezogen und so. Ich meine, es gab es nicht. Aber gut. Wie stellt sie es eigentlich sicher, dass der Innenraum trocken bleibt, wenn sie da die ganze Tür aufmacht? Es gibt doch keine Schleuse da dazwischen. Gibt es da ein Kraftfeld, das das Wasser raushält, oder? Vital Signs stabilisieren. Ja, da musste ich schon direkt wieder alles trinken. So. Die Sondendaten wurden analysiert. Und, ähm... Irgendwas stimmt damit nicht. Genau, jetzt sollen wir mal testen, ob das eine Fehlfunktion sein könnte. Und jetzt wird überprüft, ob das, wie gesagt, äh, vielleicht ein Systemfehler ist. Genau, und sie ahnt schon etwas die Sam. Die ist ja nicht blöd. Ist auch Wissenschaftler. Die wird das schon mitbekommen, wenn da was nicht koscher ist. Und, naja, das ist natürlich nicht so toll, wenn dann rauskommt, dass wir gelogen haben. So, ich gehe jetzt mal nochmal zur Deep Twisty Bridges Base. Nach unten. Erstmal hier an der Pflanze nuckeln. Oh, da wurde ein Blasenfisch gefressen. Scheiße, Mann. Das kannst du auch nicht machen. Apropos, wir müssen hier auch noch die Tischkorallenproben mitnehmen. Jetzt mache ich aber nochmal ein paar Batterien. Und ein paar mehr Fisches. Fischis müsste man mal essen hier. Fisches. Fisches Fritze. Nein, Abis hakt immer. Dann kann man die Fische immer nicht fangen. Hör auf zu haken. Braucht doch die Fische. So, jetzt nach unten. Nein, warum? Ah, komm, wir machen jetzt die letzten 8% von der Batterie auch noch leer. Und... Ah, hier ist der Eingang. Hinein! Aber sowas von... Dann braten wir uns mal den Storch. Und dann braten wir uns den Storch. Und den Storch. Und den. Und die essen wir auch. Ah, wie viele habe ich denn da? Was ist denn hier los? Gott, wie viele habe ich denn da mitgenommen von denen? Ah, alles wegschnecken hier. So. Jetzt nehmen wir uns hier noch das Zeug raus. Und machen mal ein paar neue Batteries. 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 Genau. Okay, das ist mal eine richtig schöne Menge an Batteries. Die hat Ladestand 0. Und die mit den 8%. Die können wir mal gleich hier entsorgen. Jetzt hat sie auch nur noch 5. Siehst du mal. Dann stopfen wir die gleich mal hier rein. Genau. So, zweimal Kupfer haben wir jetzt dabei. Einmal Blei. Das Blei lassen wir mal hier. Das brauchen wir jetzt bei der anderen Base glaube ich nicht. Obwohl doch eigentlich schon. Das nehmen wir mal trotzdem mit. Genau. Wir brauchen jetzt... Was war das? Gold brauchen wir auch noch. Genau. Dann nehme ich das auch gleich mal mit. Hier war noch welches drin, oder? Ja. Ja, ein bisschen mehr mit. Wir müssen ja noch die Mikrochips herstellen. Für den Sensor-Chip und so. Okay, und jetzt brauchen wir noch mehr Kupfer ein bisschen. Das wäre noch nicht schlecht. Geht's hier runter. Ist das ein Knallfisch? Ja, ich glaube schon. So, hier. Komm, Kupfer. Ah, Blei ist auch gut. Aber, aber, Kupfer. Und Tischkorallenprobe, genau. Ah, Kupfer. Sehr gut. Silber. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so relevant. Tischkorallenprobe ist wichtig. Da ist eine. Das Silber lege ich jetzt mal weg. Das brauchen wir glaube ich nicht. Das packen wir mal alles schön weg. Genau. Dreimal Kupfer haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir noch die Tischkoralle. Wo war sie jetzt? Hier. Stirb. Ja, sauber. Okay, das reicht. Wir müssen ja auch noch Kupfer haben für den Fabricator, den wir ja auch noch brauchen. So, dann guck ich jetzt hier nochmal rein. Ja, Blei ist auch gut. Brauchen wir zum Bauen. Kupfer, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Quarz gibt es da hinten genug. Das nehme ich jetzt nicht mit. Falls sich einige fragen, warum lässt er denn den Quarz da an der Wand? Den gibt es ja da hinten in rausten Mengen. Wir brauchen erstmal nur genug Material für den Scannerraum. Vielleicht noch für so eine Plattform. Da haben wir jetzt zweimal Blei dafür. Und halt dann für den Fabricator. Und das ist ganz wichtig. Wie viel Kupfer habe ich jetzt nochmal? Ich brauche ja zwei. Brauche ich zwei für einen Fabricator? Zweimal Kupfer? Wie war denn das? Ja, zweimal Kupfer. Okay. Ich sollte vielleicht noch versuchen, einmal Kupfer zu finden. Wir haben ja noch zwei Einheiten Platz im Inventar. Komm. So, jetzt noch eine Einheit Platz. Muss ja auch noch so eine Signalboje machen, ne? Ach, schade. Das war kein Kupfer. Egal. Egal. Dann begeben wir uns mal zurück zu dieser tollen Base. Mal sehen, ob ich sie wiederfinde. Die ist nämlich noch nicht markiert. Das ist mal der Anfang vom Ende. Wenn ich Basen nicht markiere, dann muss ich wieder drei Stunden danach suchen. Wir drücken mal die Daumen, ja? Wir sagen jetzt mal, dass das klappt. Dass wir die direkt finden. Ich bin gespannt. Ich muss ja eigentlich nur hinter der Base, wo wir das Jeffreys PDA gefunden haben, runtertauchen. Und dann finde ich das ja ganz easy eigentlich. Müsste zumindest so sein. Man weiß es nicht. Hier sind wir jetzt erst mal wieder bei den Schloten unterwegs. Jetzt kommt sie gleich wieder, die Gegend. Diese riesigen Felder der Leere einfach, ne? Das ist auch so krass. Riesige Felder der Leere. Ich bin mal gespannt, wenn sich das hier alles dann mal füllt mit Leben. Wie das dann hier aussieht, ne? Das wird echt krass. Momentan schwimmt man und taucht man noch durch so unendlich leere Flächen und Felder durch. Und irgendwann tauchen wir hier durch und denken uns so, boah, das war alles mal leer. Ja? Das ist alles mal leer gewesen. Denkt an diese Zeit, meine lieben Freunde. Ja? Umarmt diese Zeit. Irgendwann wird das hier alles ganz anders aussehen. Wie gesagt. So, jetzt müssen wir hier mal nach unten tauchen. Ich glaube, wir sind nämlich schon so ziemlich an der Stelle angekommen. Wo sind denn meine Sea Emperors? Wo sind sie denn? Ach ja, okay. Das ist die Plattform da drüben. Bin ich schon wieder zu weit. Siehst du mal. Oder ist das eine andere Plattform eigentlich? Nee, kann eigentlich nicht sein. Hier fehlen halt auch noch voll die Pflanzen, ne? Also, das sieht alles voll nackt aus hier drüben. Also klar, es gibt die Seerosen. Die großen. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es sieht momentan halt alles noch ziemlich trist aus hier drüben. Scheiße, warte mal. Müssen wir mal wieder ein bisschen hoch? Okay, ich muss auch mal auftauchen. Ich mag diese Formationen, diese schwebenden. Mit diesen Wurzeln. Wobei ich sagen muss, schweben diese Steine, weil die Seerosen sie oben halten? Oder werden die Seerosen oben gehalten, weil diese Steine da schweben an der Stelle? Das ist auch so eine Frage. Wie kommt es, dass diese Seerosen nicht einfach absinken, weil die Steine sie nach unten ziehen? Warum schweben diese Steine? Sind da auch diese Schweberzellen mit am Start? Und wenn das so ist, warum sieht man sie nicht wie im ersten Subnautica? Sind sie vielleicht noch nicht reingebaut worden? So, jetzt habe ich hier wieder das Problem. Ihr kennt es. Das alte Orientierungsspielchen. Das alte Problem mit der Orientierung. Ich finde die Base wieder nicht. Ne, warte mal, sag jetzt nicht. Ich habe es hier gefunden. Scheiße, ich glaube, das ist der Zugang, den ich gesucht habe. Mist. Scheiße. Und wo ist jetzt die Base? Wo habe ich die jetzt aufgebaut? Ich blöd Mann. Erstmal drei Stunden wieder im Dunkeln stochern, ey. Oh Mann. Ich glaube, hier drüben irgendwo war das. Dann, das muss irgendwo hier gewesen sein. Ziemlich in der Nähe von dem einen Sea Emperor. Na gut, dann wissen wir jetzt aber grob, wo wir hin müssen, ne? Und wir wissen, dass ich grob einfach mal die Base ganz falsch gebaut habe. Das ist dieser eine Torbogen, wo man da rein muss. Oh Mann. Da gibt es das Lithium nämlich. Da muss man runter. Shit. Shit. Vor allem das Geile ist, ich baue das jetzt alles auf und ich weiß genau, beim nächsten großen Update ist das alles wieder hinfällig. Weil das sich alles wieder geändert hat dann. Aber wir brauchen halt Lithium. Und wir haben halt noch keinen Sea Truck, mit dem wir da runter können. Wäre das ja alles kein Problem. Ich finde aber auch gerade schon wieder diese Base nicht. Diese, diese andere Base halt. Okay, wir müssen da rüber. Neben diese große Eisscholle. Ich finde es nicht, ey. Ich muss echt immer diese Scheiß-Bojen mitnehmen, sonst habe ich, sonst verliere ich einfach. Sonst kann ich nur verlieren. Bei meiner Scheiß-Orientierung. Also manchmal funktioniert es ja ganz gut, aber... Ah, hier ist es. Da, da, da. Jetzt muss ich einfach nur auf der anderen Seite hinten runter tauchen. Warum ist diese Base auch nicht Luft gefüllt? Verdammt nochmal. Jetzt müsste ich meine Base aber schon sehen können eigentlich von oben. Die Frage ist, komme ich da jetzt noch rechtzeitig hin? Ich habe die Wahl. Nochmal nach oben tauchen, um Luft zu holen oder die Base ansteuern? Gucken wir mal. Wenn wir sie von oben nicht sehen können, müssen wir halt runter. Natürlich sehe ich sie nicht. Doch, da ist sie. Schaffe ich das noch? Die ist auch noch so schön dunkel. Guck mal, die ist so getarnt, dass man sie fast nicht erkennen kann. Die hat fast dieselben Farben wie die Umgebung. Tolle Wurst, ey. Das soll man sehen. Das soll man erkennen als blinder Mensch. Als absolut blinde Person, die nichts sieht und sich schon auf Scheiße orientieren kann. Welcome aboard, Captain. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass du glücklich bist, mich zu sehen. Ich bin auch glücklich, dich zu sehen. So, jetzt baue ich hier gleich mal das Ding auf. Und dann machen wir uns direkt mal eine Marki... Ne, nicht wirklich. Ach ja, Quarz fehlt ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Den muss ich ja hier rausholen. Ha, 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 ha. So, jetzt bitte gleich erst mal hier so eine Boje, bitte. Danke dafür. Und dann am besten gleich noch eine. Dann markieren wir uns nämlich den Lithiumzugang. Wunderprächtig. Und, äh, dann machen wir... Machen wir den Scannerraum dann hier hin. Lohnt sich das hier überhaupt? Glaub eher nicht. Das lohnt sich hier, glaube ich, gar nicht. Ich mache aber trotzdem mal eine Base-Markierung. Die Base lasse ich jetzt einfach hier. Wir bauen dann einfach auf der anderen Seite noch eine. Ähm, Seerosenbase ist das jetzt. Gut. Und jetzt markieren wir uns noch den Lithiumzugang. Wenn ich den jetzt wieder finde. Haben wir es schon mal markiert. Dann wissen wir wenigstens wo wir hin müssen. Jetzt finde ich das bestimmt nicht wieder. Ihr kennt mich doch. Ich wette, hier unten gab es aber zumindest Magnetit da unten. In dieser... Also da unten sind ja dann noch diese großen Pilze, ne? Da ist ja dieses Technopilzbiom. Da gab es zumindest Magnetit, meine ich. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich jetzt aber nicht sicher. Was weiß ich schon. Ich muss nach oben. Und dann wieder nach unten. Es ist ein ständiges Auf und Ab hier. Es geht rauf und runter. Vorwärts, rückwärts. Oder von einer Seite auf die andere. Schrecklich. Luft! Ach, ich bin luftsüchtig. Ich muss mal einen Luftentzug machen. Also das war da vorne bei einem von diesem Eis schollen und dann nach unten. Und nach einem großen Bogen ausschau halten. Ein großer Bogen. Wo ist er, der große Bogen? Der so ein bisschen in die Wand eingelassen ist auch. Ich finde das bestimmt jetzt wieder nicht, ey. Ich check das nicht, ey. Das ist nur mit meiner Orientierung nicht richtig. Warte mal. Wir müssen weiter da rüber eigentlich. Das war direkt unter so einer Scholle. Wir sind doch da aufgetaucht und da war die Scholle links von mir, meine ich. Nee, das ist hier aber schon wieder falsch. Das ist zu weit drüben. Das ist eine andere Scholle gewesen. Aha, Mann. Oh Gott, verdammt. Es ist einfach so kompliziert, das zu finden. Das war so schön einfach, wo da nichts war, wo das Gelände noch so so komisch aussah. Da hatte man so viele Landmarks unter Wasser mit dieser komischen Platte, wo man sich dann drunter schieben konnte. Das ist alles nicht mehr. Gibt's alles nicht mehr so. Alles weg. Alles durcheinander. Nein, scheiße. Jetzt hab ich nicht mal mehr Saft hier. Kraft des Saftes. Was ist das? Was ist das? Grau. Ähm. Wo ist die scheiß Höhle? Wo ist diese... Da! Da ist sie! Da, da, da! Ja, wo ist jetzt die Eisscholle, die ich vorhin beim Auftauchung gesehen hab? Ach man. Das will mich doch hier alles verkack-äppeln, oder? Ich hab mir das schon wieder falsch gemerkt. Falsch eingebildet. Ich glaube, ich hab mir das einfach falsch eingebildet. Gut, wir markieren das jetzt hier schnell. Mit einer Boje. Ich vermute mal, dass das hier der richtige Weg ist. Lithium... Hölle. 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 Lithium-Hölle. Das ist nämlich die Lithium-Hölle hier. Verdammt nochmal, ey. Gibt's doch alles nicht. So, da müssen wir jetzt natürlich wieder eine Base bauen, ne? Weil das andere ist ja am Arsch der Welt jetzt. Also wir sind ja jetzt quasi einmal am anderen Ende haben wir jetzt ja gebaut. Das macht ja keinen Sinn. Also wir brauchen ja hier die Base und nicht da drüben. Das heißt, wir müssen das jetzt machen. Aber ich hab glaube ich genug Material für noch einen Mehrzweckraum. Ja, locker. Für ne... Solaranlage haben wir jetzt natürlich keinen Kupfer dabei. Das ist doof. Und, ähm... Quarz brauchen wir eigentlich auch nochmal zwei Einheiten, damit wir noch ne Solaranlage machen können. Ich hab's jetzt ja markiert. Ist jetzt ja egal. Wir können jetzt da das Material sammeln schnell. Schnell vor allem. Weil das ja auch so schnell geht. Und dann... Bauen wir dat einfach. An der Stelle. Quarz gibt's ja hier schon mal genug. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Einmal Quarz. Zweimal Quarz. So, da haben wir schon mal den Quarz. Jetzt brauchen wir noch den Kupfer. Da müssen wir jetzt natürlich wieder woanders hin. Verzeihung, Kupfer gibt's nämlich hier nicht. Also zumindest weiß ich nicht von Kupferquellen, die es hier gibt. In dieser Landschaft. Ich hab hier noch nichts gefunden. Das muss nicht heißen, dass es hier nichts gibt. Kann auch heißen, dass ich's einfach nur noch nicht gefunden hab. Das ist, das wird vor allem jedes Mal wieder aufs Neue ein Kampf. Immer wenn sich hier was ändert, muss ich das immer wieder suchen. Oh. 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 Vielleicht mach ich das dann mal bei irgendeiner Gelegenheit auch mal offscreen einfach. Dass ich dann die notwendigen Basen einfach aufbaue. Ich weiß nicht. Weil, ähm... Dieses ständige Neusuchen ist natürlich auch... Es macht's natürlich wieder immer wieder spannend, weil man immer wieder diese Herausforderung hat, das Lithium zu finden. Aber auf der anderen Seite... Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das so seht, ne? Ob ihr diese Suche nach Lithium gerne sehen möchtet oder nicht oder wie oder was. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Dann kann ich das ja dann anders machen. Oder so. So, dann klopfen wir mal hier drauf. Und hoffen, dass wir Kupfer finden. Dreimal auf Stein geklopft. Ja, sehr gut. Einmal... Ah, Silber brauch ich doch jetzt nicht. Warum krieg ich jetzt Silber? Ich brauch kein Silber! Brauch ich nicht! Oh, Kupfer! Nein, Kupfer, er hat's Inventar voll! Er schmeißt jetzt Silber weg. Brauchen wir eh nicht so häufig. Nehmen lieber das Kupfer mit. Ist wichtiger. Und wir müssen eigentlich mal wieder essen und trinken, verdammt. Aber das Inventar ist so voll. Okay. Aber wir haben jetzt Kupfer. Ich würde vorschlagen, ich kehre damit jetzt erstmal zurück. Müssen wir jetzt halt mal mit den knapper werdenden Trinkreserven klarkommen. Das wird schon. So, also wo ist das jetzt? Notversorgungslager, da wollen wir ja nicht hin, ne? Wir wollen da rüber, genau. Zur Lithiumhöhle. Ja, da sehen wir mal, wie weit das auseinander ist, ne? Guck mal, mein Abstand zur Lithiumbase, zur Lithiumhöhle, ist 600 Meter. Und die Seerosenbase ist nochmal 400 Meter, über 400 Meter weiter weg. Also, die sind nochmal 400 Meter auseinander. Wie weit weg das ist und wie ich mich da verschätzt habe mit dem Abstand. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Ich hoffe, das ist auch die Lithiumhöhle, aber das müsste sie eigentlich sein. Das kann nur da sein. Einen anderen Zugang, weiß ich nicht. Da in der Mitte, da, da bei dem Seerosenbase-Ding, wo wir gebaut haben, das ist der Falsche. Da geht's nur runter zu diesem Technopilz-Biom. Zu den Jelly-Schwombiom. Jelly-Schwum. Da ist immer falsch, da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen ja hier hin, eigentlich. Ich vermute mal, wir müssen näher an die... Das ist so unter der Raketeninsel, dieses ganze Biom mit dem Lithium. So von der räumlichen Einordnung her. Da, daran kann man das so ein bisschen festmachen. Aber der Zugang hat sich wirklich positionsmäßig ganz schön verschoben, oder? Also, der war doch vorher viel weiter da drüben. Wenn der das überhaupt ist, aber der sollte es eigentlich sein. Jetzt wird es hier wieder so dunkel. Komm schon. Komm schon. So, wir müssen auf 200 Meter tief gehen, auf jeden Fall. So tief runter, wie es geht. Und hier bauen wir jetzt so. Schnell den... Was ist das? Oh Gott, habt ihr das gesehen? Gruselig. So, jetzt schnell die Dings. Erstmal irgendwie bauen. Ist erstmal egal. Hauptsache wir haben Luft gleich. Luke, ich bin dein Vater. Wo, wo? Da. Ach, das ist dunkel hier unten, ey. Scheiße, man sieht hier gar nichts. Okay, kann ich den Fabricator noch machen? Nee, aber den anderen können wir ja abbauen. Mir ist hier der Fabricator ehrlich gesagt lieber als da drüben. Ja gut, Scannerraum können wir jetzt leider auch nicht machen. Wie viele Ressourcen habe ich jetzt noch? Ich kann noch einmal einen Quergang machen. Dann machen wir das mal gleich noch. Oh, man sieht hier gar nichts. Das ist krass. Wo geht es jetzt hier rein? Hier rein, ne? Hier ist, genau, hier ist die Stelle. Hier hat man vorher, glaube ich, gebaut. Genau. Gut, dann müssen wir mal zusehen, dass wir den Scannerraum am besten auf die Seite irgendwie bauen. Aber das geht wahrscheinlich schon wieder nicht, ne? Oder? Ja, da ist schon wieder kein Platz. Scheiße. Hier drüben auch nicht, ne? Doch, da ist Platz. Da ist auch noch Platz. Okay. Dann machen wir mal das so. So. Ne T-Kreuzung bauen wir da mal rein. Und die Luke, die machen wir weg. Die bauen wir dann... Ah, muss ich aufpassen jetzt. Habe ich da jetzt schon einen Schrank gebaut? Ne. Die Luke machen wir weg. Die bauen wir jetzt da an diese T-Kreuzung ran. Und den Scannerraum bauen wir hier nebendran. Warte mal, wir können die Luke theoretisch auch... ...dah hin bauen. Dann ist er näher dran am Loch, wo wir reintauchen müssen. Sehr gut, genau. Dann geht man hier durch. Scannerraum kommt dann einfach entweder hier daneben oder da dahinter. Oder am besten hier direkt nebenan noch dran. Wenn das geht. Kann ich ja mal gucken. Das können wir ja schon platzieren. Okay, das geht nicht. Geht es hier? Geht auch nicht. Okay. Warum? Hier geht es. Aber das ist wieder zu weit auf der anderen Seite. Obwohl, das könnte gehen. Wir müssen ja hier nach unten und dann so irgendwie so rein. Hier ist irgendwie kein Geräusch. Merkt ihr das? Man hört hier irgendwie gar... Also hier drin in der Base schon, aber draußen irgendwie nicht. Ist irgendwie... Okay, jetzt... Ein bisschen ist jetzt, aber irgendwie ist es schon irgendwie sehr ruhig hier. Genau, wir müssen ja nach unten scannen. Also dahin. Das geht ja auch hier so unten so rein. Ja... Obwohl, nee, es wäre doch schon praktisch, wenn wir den Scannerraum eher auf der Seite bauen. Hier ist nämlich dann der Lithium-Zugang der eigentliche. Dann, äh, müssten wir das mal tun. Scheiße, dann... Aber das geht hier auch wieder nicht vom Platz her. Ah, habe ich das blöd gebaut. Naja gut, mit Reichweiten-Chip ist es dann wieder egal. Am Ende des Tages. Ich baue jetzt noch einen Schrank hier hin. Äh, da, da, Schrank, da, da. Kann ich da jetzt noch irgendwas reinpacken? Ja, wir packen da mal die... Proben rein. Und das Gold. Und das Blei. So. Und jetzt muss ich schon wieder trinken gehen. Und die Zeit ist auch schon wieder um. Meine Güte, ey. Ich werde, glaube ich, offscreen mal was zu essen und zu trinken holen. Ich sage an der Stelle schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Below Zero. Auf der Suche nach noch mehr Lithium. Bis dann. Ciao, ciao.